Untertitelung des ZDF, 2020 Das war vor drei Jahren. Halb Interpol hat ihn gejagt. Er sucht etwas. Etwas aus seiner Vergangenheit. Sie haben keine Ahnung, in was Sie da drinstehen. Wie werden Sie umbringen, wenn Sie das müssen? Wie viel Zeit habe ich? Drei Minuten. Mein Wagen steht vor der Tür. Ich kann Ihre Gesichter sehen. Von jedem, den ich umgebracht habe. Aber ich kann mich nicht an Ihren Namen erinnern. Die Verstärkung wird uns wie einer zugesagt werden. Bitte bestätigen Sie mich. Bestätigen Sie mich. Er ist hier. Er ist eine Bedrohung. Du musst von hier verschwinden. Das ist ein Kohl-10-Akro. Wir haben ihn kann nur... Machen Sie, dass Sie da wegkommen. Du kannst dich der Verantwortung nicht entziehen. Du hast dich zu dem gemacht, der du jetzt bist.